2 da kann man so ein schmales ding nehmen genau 3 ich weiß nicht ob ich das hier noch zu bekomme ich weiß nicht ob ich das hier noch ich weiß nicht ob ich das hier noch Machen wir das mal. So. Äh, brauchst du irgendwas? Ich will nur ein bisschen handeln. Ja, äh, jetzt geht nichts. Danke. Äh, brauchst du irgendwas? Mit dem Wasser läuft's nicht gut. Uns fehlt sauberes Wasser und die Leute werden krank. Okay, aber für dich, ja, habe ich gerade was ganz Bestimmtes vor. Hahaha, sehr schön. So, du wirst ein Soldat. Wo bist du? Wo bist du? Siehste? Der Rekrutierungsturm ist schon da. Perfekt. Äh, du? Achso. Nein, 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 nein. Du gehst bitte in den Wachturm hinein. So, zugewiesen. Sehr schönen Schutz haben wir jetzt schonmal. Bop, bop, bop. Ein paar Betten mehr. Aber das geht gleich alles voran. Weil wir wollen ja schließlich erstmal hier alles zu machen. Ops. Ähm. Willkommen, Herr Junker? Opa, wie es mir steht. Ach komm, verschwinde da! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ähm, jetzt nochmal die kleinen Löcher zuflicken. Eins. Zwei und nochmal. Drei, sehr schön. Das haben wir zu. Die brauchen Wasser und Betten, haben die gesagt. Wasser ist klar. Da wären wir auf jeden Fall hier. Wasser. Haben wir nichts da, okay. Ähm. Machen wir das mal hier so. Ah, Betten. Was ist, wenn ich jetzt gleich so ein komplettes Haus hier hingesetzt hätte, jetzt als Band, wie immer? Keine Möglichkeit. Okay. Okay. Das ist ein Betten. Das ist ein Betten. Das ist ein Betten. Ja Leute, es geht nicht anders. Wenn ihr wachsen wollt, braucht ihr einfach mehr Betten. Das heißt eben halt ein bisschen enger leben. Im Moment noch. Ne, hier kriege ich kein Betten. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Da, nö, nö, nö. Aber hier kriege ich noch ein Betten. Ah, jetzt haben wir Betten für 13. 13. 14. 15 schon mal. 16. 17. 18. 19. Und. 20. So. Maximale Größe reicht. Ähm. Und. 20. 21. Jetzt natürlich nochmal ganz kurz hier gucken. Nein, das brauchen wir jetzt nicht. Dafür haben wir nichts übrig. 25. 25. 23. 24. 25. 25. 25. 25. Einfach mal gucken. Ah, das ist die Schnellreise. Genau. So, meine Schnellreise. Nee, das machen wir jetzt nicht. Futter brauchen wir nicht anbauen. Das haben wir ja jetzt genug schon. Käfige, nö. Verkaufshändler, nö. Jetzt mal ganz kurz gucken. Betten haben wir, Schutz haben wir, Energie haben wir. Wasser haben wir, Essen haben wir, sieben Leute. Okay, sind wir jetzt auch alle in Arbeit. Mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünfer, sechser. Der Rest macht Essen. Sehr schön. So, okay. Haben wir mal ganz spontan eine kleine Siedlung aufgebaut. Ich würde gerne hier noch so ein Geschutzturm hinsetzen, der wirklich dann reindrückt wie so ein Bekloppte, aber... Genau. Genau. Haben wir doch. So, du bist da oben. Ja, ist okay. Cool. Abspeichern. Haben wir mal was Gutes getan. So, ähm... Ich würde gerne da unten hin und dann... Was haben wir denn da oben? Ach so, sprich mit Preston, ja. Ähm, okay, dann machen wir es so. Wir geben jetzt mal schnell Mila ab. Ich wette drum, der gibt uns gleich wieder eine neue Mila-Aufgabe. Das... Ich glaube, das wird sich nie ändern. Oder nie ausgehen. Der hat immer neue Stellen, wo wir hin sollen. Oh. Ähm... Geben wir mal kurz aus dem Anzug raus, einfach. Erstmal Tüftler, da bist du. Ach doch, Tom hat wieder tolle Sachen auf Lager. Entschuldigung. Schau mal vorbei. Hey, du hast noch ein Schätzchen aufgebaut. Ja, her mit den leckeren Daten. Ich habe einen Hinweis auf einen neuen Aussichtspunkt, wenn du Zeit hast. Oder wir gehen einfach shoppen. Ja, lass uns mal kurz handeln. Sag mal, was du so hast. Alles klar. Ich wusste es. Ich wusste es, dass der uns immer wieder eine neue Mila in die Hand drückt. Äh... Da ist, glaube ich, wieder nichts ordentliches dabei. Ja, deine blöde Mila. Ständig Blei, Federn, Schaltkreise, Schrauben, Nö. Erlöser. Achso, ja. Ähm... Fusionskern. Naja, bisschen billiger, okay. Ja, gut, 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 gut. Äh, noch einen Auftrag erledigt. Ähm... Okay. Kein Auftrag erledigt. Hilf weiter dem Unterschlupf Randolph. Die haben dort noch zwei Sins. Ich will sie nicht verlieren. Abgeschlossen. Erstattet das immer noch mal nicht. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Okay. Abgeschlossen. Unterschlupf Randolph 3. Ja. Mila aufbauen. Okay. Das ist klar. Das ist jetzt nur noch mal Preston. Genau. Sprechen mit den Siedlern. So, das heißt jetzt, äh, das machen wir aus. Jetzt nur noch zu den... Siedlern da nach unten. Okay. Wird das ja automatisch weggestrichen? Nee. Okay. So, äh, da brauchen wir auch nix. Das heißt, wir reisen jetzt ganz fix nach Sanctuary, um eben halt uns zu reparieren, zeuglos zu werden. Sie haben noch Fusionskerne übrig. Ja, wie du aussiehst. Aufgepasst. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Hey, Ada. Die sind für Sie. Fusionskerne? Hm, na gut. Hätte ja sein können. Gut, haben wir nur noch den Auftrag da unten? Sehr schön. Können wir mal ganz in Ruhe dann runter zu den Siedlern. Haben wir wieder ordentliches Stück abgearbeitet. Das ist doch super. Ach ja, schöner Schluck Kaffee. Naja, mal gucken. Wie lange uns das Game hier noch fesselt. Also, mich fesselt es ganz schön. Immer noch. Dabei haben wir noch nicht mehr die Grundstory sozusagen fertig. Und die ist ja eigentlich, ja, ganz schnell abgearbeitet. Eigentlich. So. Wir können dann erstmal... Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Ich suche immer Ärger. So. Ähm. Erstmal. Modell F. Ja, selbst die kommen mit Gewebe ausstatten. Ich wusste es, ja. Aber uns fehlt es das Gewebe einfach. T51. Äh. Torso. T51. Und T60 Torso. Okay. Tassas Faust. Schwere Platten. Schwere Platten. Ähm. Achso. Schmied. Oh. Erstmal verlassen. Jetzt müsste ich mal ganz kurz gucken. Tessa Faust. Kleidung. Achso. Äh. Äh. Stimmt ja. So. So. Ähm. Dann erklären wir uns erstmal hier. Wow. Erstmal alles weg. So. Baseballschläger weg. Äh. Handgranate weg. Weg. So. Das kommt auch erstmal. Ach komm. Scheiß auf die T. 50% schmeißen wir uns weg. Äh. Kommt auch da rein. Auch da rein. Gut. Dann das ganze Essen. Mann. Haben wir wieder viel Essen angesammelt. Boah. Okay. So. Ähm. Äh. Ach krass. Kommt nach hinten. Patron bleibt. Okay. So. Sehr schön. Ähm. Hier haben wir kein Material bisher. Äh. Haben wir hier drüben schon Material. Sehr, sehr schön. Und nochmal vier. Ja. So. Jetzt will ich nochmal gucken. Was kriegen wir denn hier eigentlich an Zeug? Wir kriegen. Okay. Nukleares Material. Stahl und. Gut. Nukleares Material ist klar. Das auch. Stahl. Und Holz. Ist okay. Na gut. Na gut. Na gut. Ähm. Das haben wir. Das haben wir auch. Diverses. Ne. Schrott ist das. Okay. Aluminium. Also irgendwie. Müssten wir mal. Auch wieder. Ja. Wie gesagt. Bauen. Irgendwie habe ich wieder Lust. Was zu bauen. Muss ich zugeben. So richtig. Schön bauen. Ich glaube da werde ich auch mal alles mitschlippen. Vom Schrott her. Ja. Das werde ich machen. Aber jetzt noch nicht. Wir wollen ja erstmal unten. Doch. Wir müssten dann unten auch noch die Basis aus. Die nächste Siedlung da. Okay. Das heißt jetzt erstmal hier. Alles transferieren. Es muss schneller gehen. Es ist nicht anstrengend. Das alles zu transferieren. Ähm. Ähm. Kriegt man Krämpfer. So. Ach. Ja. Haben die ganze Schrott transferiert. Hahaha. Das muss einfach mal sein. So. Ähm. Muss ich irgendwas noch herstellen. Munition. Nö. Munition sehen wir gerade im Moment sehr gut aus. Fusionszellen. Eh. Fusionskern hätte ich noch. Hm. Kein Fusionskern können wir basteln. Okay. Ähm. Machen wir ein Möfen. Pass auf dich auf Schätzchen. Schätzchen. Mag sich nicht da hinsetzen. Jetzt vielleicht? Warte mal. Man braucht kein drittes Auge, um zu sehen, was du für diese Leute getan hast. Ja. Ich weiß. Danke. Äh. Ne. Es fehlen mir insgesamt zwölf. Immer noch da. Ja. Immer noch diese ballistischen Fasern. Das ist natürlich sehr nervig, finde ich. Ähm. Haben wir denn hier noch? Brauchen wir denn? Häh. Oh. Ich hab ne Waffe aufgehoben. Ach. Rebecca haben wir aufgehoben. Warte mal. Äh. Verlassen. Ja. Ich hab ne Waffe aufgehoben. Ähm. Unsere Elektrowaffe. Die schmeiß ich dann auch mal raus. Die Tesla. So einen schönen Waffenschrank, wo das so einfach so drinne hängt. Das wär am besten, ja? Damit man wirklich sagen kann, oh geil. Die hab ich. Und oh geil. Die hab ich auch. Äh. Wenn der Raketenwärfer kann ich mal. Rausschmeißen. Ach, ich kann die drehen. Oh. Wusste ich gar nicht. Cool. Ich hab's jetzt grad einfach mal ganz spontan gedreht. So, haben wir denn jetzt alles mit. Wir haben eigentlich nur ein Maschinengewehr. Eine Sniper. Eine Schrotflinte. Und ein Raketenwerfer. Ähm. 1, 2, 3, 4. Hätten wir denn noch irgendwo ne Waffe, die ich gerne hätte mal zum benutzen. Die richtig Bums macht auch. Die einem richtig wehtut. Nö, nö, nö. Da, Waffen. Nein, nein, nein. Irgendwas, was wir mal umbauen könnten. 10 Schaden. Äh. 36. Ne, Atombomben will ich hier nicht verschießen. Ne, sagt Gatling. Ne, brauchen wir Kerne. Okay, ne, Kerne will ich nicht verschwenden für ne Waffe. Ähm. Kellogg's 44er Magnum. Ja, sechs Schuss nur. Ähm. Nö. Äh, wartet mal. 18. Nein. Irgendwas, was richtig Bums macht. Auch nur 18 Schuss. Äh, 18 Schaden. Ja, ist immer ne Phantom. Ich will keine Atombomben verschießen, Mensch. Es hat genug Strahlung hier. Äh, Gatling Gun. Ich muss mal ganz kurz hier durchfix gehen. Nehmen wir doch so einen Scharfschutzkinder. Vielleicht wieder mit. Eigentlich nicht. 10 Schaden. 100 Schaden. Ja, ich weiß. Ich habe sehr viele Waffen, merke ich gerade. Hohoho. Aber ich glaube, die wir dabei haben, die sind wirklich das 9 plus Ultra bisher. Ne, die ist auch doof. Ja, ne. Ähm. Sie wissen wirklich, was man alles mit einer Werkbank anstellen kann. 111. Okay. Das nicht. Ähm. Überlegene Reichweite und Präzidin durch das Visier erhöht. Die Rückstoßdämpfung. Mangelhafte Präzidin aus der Hüfte. Okay. Gewicht 23,6. 24. Okay. Rückstoßdämpfung. Nö. Das Magazin ist schon das Beste. Das Visier auch. Schallgang V. Hm. Da fahren wir nur so wenig. 92. Äh, ja. Ich glaube, wir haben hier wirklich nichts mehr. Äh, Rückstoßdämpfung. Ja, schon das größte Magazin. Das Visier ist klar. Ein Kompressor. Äh, außergewöhnlich Rückstoßkontrolle erhöht. Rückstoßdämpfung pro Schuss unterlegen. Ja, Reichweite. Kopfschwahr. Prängelte Reichweite. Ne, Bayonet wollen wir nicht haben. Nix draufsetzen. Schalldämpfer. Wollen wir einen Schalldämpfer aufsetzen? Nee. Hier ist klar. Da. Stabilisator. Telecomputer. Hm. Bleibt erstmal dabei. Äh, wir können ja mal. So, erst mal das alles nehmen. Repariert ist auch. Äh, Inventarplatz haben wir jetzt auch eigentlich nicht. So weit wie ich weiß. Ja, Hammer. Äh. Ähm, ja. Ist nur noch die Rüstung, die so viel wiegt. Und das war's dann schon. Ja, äh, ist okay. Ist vollkommen okay.